Hallo zusammen, heute nehmen wir euch mit nach Ulmen und zwar ist da zwischen dem Weiher und dem Maher der Maherstolpern, 128 oder 124 Meter lang und kommt einfach mal mit. Ja, das ist bei uns zu Hause in der Vulkaneifel in Rheinland-Pfalz und liegt so zwischen Koblenz und Trier, für die, die mal hin möchten, nicht weit von der A1 und der A48. Direkt an der Autobahn? Ja. Das ist nicht weit, wenn ihr von der Autobahn abfahrt seid ihr eigentlich schon so gut gegen Ort. Parkmöglichkeiten gibt es auch genug und in Stollen kann man von der einen oder von der anderen Seite gehen. Und dann geht's, wie wir das hier in der nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020